In diesem Vorlesungsvideo beschäftigen wir uns nun im Rahmen der statistischen Hypothesentests mit der Nullhypothese und der Gegenhypothese. Sie haben zuvor schon gelernt, dass Sie bei den statistischen Hypothesentests Hypothesen aufstellen, die Sie entweder verwerfen können oder nicht. Und in diesem Video werden wir uns nun ansehen, welche Hypothesen das sind, die Sie aufstellen, nämlich die Null- und die Gegenhypothese. Sehen wir uns das also mal gemeinsam an. Die Nullhypothese, die wird formal als H0 bezeichnet. Sie trifft eine Aussage über die Grundgesamtheit, die entweder wahr oder falsch sein kann. Die Gegenhypothese, formal als H1 bezeichnet, wird auch Alternativhypothese genannt und daher ist die alternative Schreibweise dafür HHA. Das Wichtige ist nun, dass sich die Null- und die Alternativ- bzw. Gegenhypothese gegenseitig ausschließen. Also beide zusammen umfassen alle möglichen Zustände in der Welt. Es kann entweder nur H0 oder H1 zutreffen und es gibt keine andere Alternative dazu. Und bezüglich der Formulierung der Null- und Gegenhypothese, da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder eine zweiseitige Fragestellung stellen oder eine einseitige Fragestellung. Bei der zweiseitigen Fragestellung ist unsere Nullhypothese eine Eigenschaft der Grundgesamtheit Theta ist gleich einem bestimmten Wert Theta 0. Der wahre Parameter Theta der Grundgesamtheit, der ist uns unbekannt, aber unsere Nullhypothese ist, dieser entspricht exakt einem bestimmten Wert Theta 0. Bei der Gegenhypothese sagen wir dann, dass der wahre Parameter Theta der Grundgesamtheit ungleich Theta 0 ist, das heißt, er ist größer oder kleiner als Theta 0. Formal sieht das Ganze für die zweiseitige Fragestellung also dann so aus. Ein Beispiel dafür ist, der Würfel ist fair, dann wäre H0 doch beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, sechs Augen zu würfeln, ist exakt ein Sechstel und H1 würde lauten, die Wahrscheinlichkeit, sechs Augen zu würfeln, ist ungleich ein Sechstel. Oder in der Bevölkerung ist das Durchschnittseinkommen von Frauen, abgekürzt mit µf, gleich dem Durchschnittseinkommen von Männern, abgekürzt mit µm. Dann könnten wir entweder für unsere Nullhypothese µf, gleich µm notieren oder wir ziehen das µm auf die linke Seite und dann steht es wie hier oben µf minus µm ist gleich 0. Für die Alternativhypothese äquivalent µf ungleich µm und das können wir dann auch umformulieren als µf minus µm ungleich 0. Wie bereits erwähnt, gibt es neben dieser zweiseitigen Fragestellung eine einseitige Fragestellung. Da unterscheiden wir zwei Fälle. Im ersten Fall können wir im Vorhinein eine Seite ausschließen. A priori bedeutet, bevor wir überhaupt den Test durchführen, wissen wir schon, einen Bereich können wir außer Acht lassen, wir betrachten nur den anderen. Und bei diesem ersten Fall, wo wir a priori einen Bereich ausschließen können, gibt es nun zwei Möglichkeiten, wie ein solcher Test aussehen kann. Entweder wir führen einen oberseitigen Test durch. Wenn das der Fall ist, dann können wir a priori ausschließen, dass unser Parameter Theta in der Grundgesamtheit kleiner Theta 0 ist. Wir sagen also, Theta muss entweder exakt gleich oder größer Theta 0 sein. Der zweite Teil der zweiseitigen Fragestellung, wo wir einen Bereich a priori ausschließen können, ist dann der sogenannte unterseitige Test. Hier können wir im Vorhinein ausschließen, dass Theta größer als Theta 0 ist. Wir sagen also, das ist entweder wieder exakt Theta 0 oder kleiner Theta 0. Wenn wir dazu jetzt wieder die Beispiele wie zuvor aufgreifen, dann könnten wir uns doch gerade beim Würfelwurf fragen, hat unser Gegenspieler seinen Würfel gezinkt? Wir können doch dann in diesem Fall ausschließen, dass die Wahrscheinlichkeit für sechs Augen kleiner als ein Sechstel ist. Ein Gegner, der mit sechs Augen gewinnt, würde doch seinen Würfel so zinken, dass sechs Augen mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit als bei einem fairen Würfel auftritt. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeit im Vorhinein ausschließen, dann ist unsere Nullhypothese, die Wahrscheinlichkeit für sechs Augen ist ein Sechstel, der Würfel ist somit fair, und die Gegenhypothese ist, die Wahrscheinlichkeit für sechs Augen ist größer als ein Sechstel. Denken wir nochmal an das zweite Beispiel zurück. Jetzt sagen wir, es ist ausgeschlossen, dass Frauen mehr als Männer verdienen. µ von f minus µ von m ist größer als 0, weil µ von f größer als µ von m ist. Das schließen wir im Vorhinein aus. Stattdessen stellen wir nun diese Nullhypothese und diese Gegenhypothese auf. µ von f minus µ von m ist gleich 0, ist unsere Nullhypothese, und die Gegenhypothese ist µ von f minus µ von m ist kleiner 0, Frauen verdienen also weniger als Männer. Das waren nun die beiden Varianten des ersten Falls der einseitigen Fragestellung. Es gibt aber noch einen zweiten Fall, und den sehen wir nun hier, die einseitige Nullhypothese. Wenn wir eine einseitige Nullhypothese stellen, dann können wir a priori keinen Bereich ausschließen. Hier wird nun manchmal eine Hypothese als Ungleichung formuliert. Dann würden wir zum Beispiel sagen, Frauen werden nicht diskriminiert, verdienen also mindestens so viel wie Männer. In solchen Fällen werden dann manchmal Nullhypothesen mit Ungleichheitszeichen formuliert, und das sieht dann so aus. Die Nullhypothese ist, dass µ f minus µ m größer gleich 0 ist. Und die Gegenhypothese sagt dann, µ f minus µ m ist kleiner 0. Wenn wir das so machen würden, wäre das aber formal höchst problematisch, da wir so keine Irrtumswahrscheinlichkeiten ableiten können. Wir würden also stattdessen sagen, für H0 ist die Differenz gleich 0 und würden von vornherein diese Ungleichung ausschließen. Wir gehen also immer von dem günstigsten Fall für H0 aus. Denn wenn wir diese Hypothese verwerfen würden, sind wir uns automatisch auch sicher, dass wir die ursprüngliche auch verwerfen würden. Wir formulieren also unsere Hypothese für diesen Fall konservativ. Was haben wir in diesem Vorlesungsvideo gelernt? Wir haben über die Null- und über die Gegenhypothese gesprochen. Sie wissen nun, dass die Nullhypothese formal immer mit Groß H0 bezeichnet wird, diese eine Aussage über die Grundgesamtheit trifft, die entweder wahr oder falsch sein kann, und die Gegenhypothese als Groß H1 bzw. HA bezeichnet wird, sich gegenseitig mit H0 ausschließt und dass beide gemeinsam alle Zustände in der Welt beschreiben können. Wenn wir über Null- und Gegenhypothese sprechen, können wir zwei verschiedene Fragestellungen differenzieren. Zum einen die zweiseitige und zum anderen die einseitige Fragestellung. Bei der zweiseitigen Fragestellung, da sagen wir immer, unser wahrer Parameter Theta in der Grundgesamtheit entspricht genau einem bestimmten Wert. Für die Gegenhypothese steht hier dann das Ungleichheitszeichen. Da in diesem Fall für H1 Theta 0 entweder größer oder kleiner als Theta sein kann, nennen wir das hier zweiseitige Fragestellung. Das kann in beide Richtungen laufen. Bei der einseitigen Fragestellung differenzieren wir nun zwei Fälle. Beim ersten Fall kann a priori ein Bereich ausgeschlossen sein und beim zweiten Fall, da formulieren wir eine einseitige Nullhypothese. Beim ersten Fall, wo wir einen Bereich a priori ausschließen können, differenzieren wir wieder zwischen dem sogenannten oberseitigen und dem unterseitigen Test. Beim oberseitigen Test, da schließen wir a priori aus, dass unser Parameter in der Grundgesamtheit einen Wert kleiner als unser Theta 0 annehmen kann. Für H0 gilt demnach immer noch die Gleichheitsannahme, Theta entspricht Theta 0 und für H1 testen wir jetzt nur darauf, dass Theta größer als Theta 0 ist. Wenn wir uns stattdessen mit einem unterseitigen Test beschäftigen, dann können wir im Vorhinein ausschließen, dass Theta größer als Theta 0 ist. In diesem Fall ist unsere Nullhypothese wieder Theta ist gleich Theta 0. Hier lautet die Alternativhypothese aber nun, Theta ist kleiner als Theta 0, da wir den anderen Bereich im Vorhinein ausschließen konnten. Zuletzt haben wir dann noch ausführlich über den zweiten Fall der einseitigen Fragestellung gesprochen, dem der einseitigen Nullhypothese. Sie haben gelernt, in diesem Fall können Sie a priori keinen Bereich ausschließen und dort wird dann manchmal die Hypothese als Ungleichung formuliert. Da es aber problematisch wird, eine Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha abzuleiten, nutzen wir stattdessen einen konservativen Ansatz und formulieren das analog zu der ersten Variante, in der wir einen Bereich a priori ausschließen können.